Heyho, liebe Freunde der Niveaulosen Unterhaltung! Jetzt geht es, nachdem wir eine Episode Transformers mit Power Ranger Zutaten geguckt haben, mit TV weiter. Frauentausch. Er ist nicht länger einer von uns. Ja, er wagt es sich gegen uns zu stellen, genau wie der andere. Wir können immer noch den Schlüssel aktivieren. Wir müssen etwas gegen den tun, der uns im Weg steht. Wir müssen Cain beseitigen. Aber wir können nichts gegen seine Kraft ausrichten. Nur Cain kann Cain vernichten. Also Mutter, wirst du es für uns tun? Vielleicht. Hat Krillian irgendwas gesagt? Irgendwas betreffend der potenziellen Fähigkeit als eine ausgleichende Existenz. Mit allem auf einen einzigen Punkt fokussierend? Verstehe. Aber Cain ist immer noch im Schock wegen der gestrigen Niederlage gegen Fae. Wir sind fast fertig. Ich brauche nur ein wenig mehr Zeit. Dann warten wir. Wir warten, bis die Zeit reif ist. Mian ist die Mutter? Krillian, eine ausgleichende Existenz. Diese Mian, was hat sie vor? Ich warne besser den Commander. Oho, sie ergreift gegen... Wahrscheinlich ihre Befehle Partei für den Commander. Interessant. Aus dem Weg! Lass mich durch! Dieser Bastard! Ich stöbere ihn selbst auf! Bitte, beruhigt euch, Commander. Wir kümmern uns um ihn und seine Freunde. Was könnt ihr Narren schon tun? Schwachköpfe! Nur ich kann ihn schlagen! Nur ich, der alle anderen Menschen übersteigt, kann ihn erledigen! Beweg dich! Kommandor, wartet! Fae und die anderen suchten nach dem letzten Animal Relikt, wohingegen ich temporär nach Nisan zurückkehrte. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte das Gefühl, dass dort eine Gefahr auf die Menschen lauerte. Alle dort akzeptierten Menschen erholten sich langsam. Es gab immer noch die schweren Fälle, aber Tauros Dano-Maschinen verbesserten sich von Tag zu Tag. Die Behandlungen wurden immer erfolgreicher und der Tag, an dem jeder seine wahre Form zurückerlangen würde, kam näher. Doch dann! Ein Beben! Eine Explosion in Nisan und in der brennenden Flamme stand der goldene Omnigir. Es war Ramsus, der Fae aus der Reserve locken wollte. Der Sinn seiner Existenz stand auf dem Spiel. Die Nisan- und Shivat-Milizen, selbst Renk und seine Freunde aus Solaris, konnten den Überfall nicht vereiteln. Die Menschen versteckten sich in der Kathedrale. Ramsus erledigte die Miliz und kam auf die Kathedrale zu. Er war ruiniert. Er hatte nur noch Fae im Kopf und ich stand vor ihm. Wo? Wo ist er? Ich weiß es, er ist hier. Warum kommt er nicht heraus? Ramsus! Der Fae, den du suchst, ist nicht hier! Also bitte stoppe diese sinnlose Gewalt! Du! Ja, das wird es tun! Das wievielte Mal wird sie jetzt als Geisel benutzt? Das erinnert mich jetzt vom Hintergrundbild so ein bisschen an Evangelion und Kavoro Nagisa, den letzten Engel. Komm raus, Fae! Wenn du nicht rauskommst, werde ich LHM zerquetschen! Elli! Boss! Bleib zurück! Kommst nicht raus, was? Nun, dann halt so! Dann wirst du von heute Abend an mit dem toten Körper dieser Frau in deinen Armen weinen! W-Wie? Was? Was ist passiert? Warum kann ich mich nicht bewegen? Elli! Bist du okay? Wie konnte ich? Gegen jemanden wie euch? N-Nein! Nicht nur gegen ihn! Ich bin auch euch unterlegen! Ich! Was ist mit dir passiert, Ramsus? Warum bist du so fanat in Fae? Warum ist es so wichtig für dich, wer Überlegene ist? Ich wurde ursprünglich erschaffen, um die personifizierte Integration aller menschlichen Fähigkeiten zu sein. Um mit allen Animal Relikten synchronisieren zu können. Ich wurde erschaffen, um Kräfte zu erlangen, die denen von Imperator Cain gleichen. Du könntest sagen, ich sollte die ideale Form werden, nach der alle Menschen streben. Wie auch immer, ich als ich geboren wurde, wurde ich abgewiesen. Ich wurde in einen Müllhaufen geboren. Geboren in der Dunkelheit. Kalter Abgrund der Wertlosigkeit. Aber mir gelang es, dort rauszukrabbeln. Ich konnte durch meine eigene Stärke überleben. Um alles zurückzubekommen, die mich verlassen hatten. Trotzdessen habe ich es geschafft, so weit zu kommen. Ich konnte mir selbst die Wärme bieten, die ich zum Überleben brauchte. Aber dann kam er und griff wieder einmal in mein Leben ein. Er wollte mir diese Wärme wieder wegnehmen. Solange er existiert, gehöre ich nirgendwo hin. Ich denke, nun verstehe ich, warum du so auf Fae fixiert bist. Du weißt nicht, was du momentan mit deinem Leben anfangen sollst. Du versuchst, dich selbst zu schützen, indem du Fae angreifst. Indem du andere angreifst, bestätigst du deine eigene Existenz. Daher strebst du danach, über allen anderen zu stehen. Weil du sonst von einer Leere eingehüllt wirst, die du sonst selbst einfach verschwinden wirst. Weil du diese Leere in deinem Herzen nur wachsen würde. Weil du dich an etwas Liebe festkranen willst. Ruhe! Selbst du willst sie mir wegnehmen? Diese Wärme? Diese elementare Wärme, die ich endlich erhalten habe? Ramsus, niemand greift dich an. Niemand versucht dir wegzunehmen, was dir so viel bedeutet. Niemand bedroht deine Existenz. Das ist alles in deinem Kopf. Als verstecke nicht deine Gefuehle, die in deinem Herzen sind. Fürchte dich nicht für etwas Liebe. Du! Nur du! Nur! Ist wohl eine Hobbit-Psychologin, diese Ellie. Ramsus lebte in Furcht, den Ort zu verlieren, an den er gehörte. Dass Faye ihm diesen wegnehmen könnte. Er glaubte, Liebe könne man sich einfach nehmen. Er sehnte sich nach ihr mehr als jeder andere. Also mehr als die Knaben, denen wir jetzt wieder begegnen, auf jeden Fall. Wertlos! Müll! Ausschuss! Warum überhaupt weiter existieren? Defekt! Verschwinde! Wir können dich nicht gebrauchen. Ha! Müll ist für uns wertvoller als du! Das nenn ich mal psychologische Kriegsführung. Hm. Kar, keine Sorge. Ich bleibe immer an deiner Seite. Jemand kennt dich besser als ich. Also. Miang! Ist dies, ist dies alles, was ich tun kann? Ist dies das Äußerste meiner Kraft und meiner Fähigkeiten? Ich konnte ihn nicht schlagen. Und vor dieser Frau konnte ich gar nichts. Ist dies die Grenze meiner Existenz? Meiner Fähigkeiten? Du bist genauso wie Cain. Ein Archetyp, der alle Menschen übertrifft. Ich machte dich genau so. Aber er ist derjenige, der dich davon abhält, deine Kräfte vollständig zu entfalten. Geteilte Kräfte. Dieser Mann war deine ursprüngliche Form. Das überlegene Urwesen. Wenn du ihn besiegen könntest, dann würdest du... Ja. Selbst mit deiner überlegenen Konstitution, die Existenz deiner ursprünglichen Form behindert dich. Wenn du die geteilte Kraft eliminieren könntest, dann wäre sie ganz die deine. Stimmst du mir zu, Kar? So mies diese zwei, Krelian und Miang. Falls für die, die es noch nicht verstanden haben. Ramsus ist sozusagen ein Klon von Imperator Cain. Und der einzige, der Imperator Cain besiegen kann, weil er so viel Kraft und Macht besitzt, ist quasi er selber. Nach der Harmonisierung mit dem ersten Animal Relikt, mit Billy, änderten sich die Struktur und die Erscheinung seines Gears. Sie schmolzen als Einheit zusammen. Wir hatten keinen Schimmer, wofür diese Relikte erschaffen worden sind. Aber es war offensichtlich, dass sie als Waffe dienen sollten. Weil in diesem Spiel alles als Waffe dient, was unerklärlich ist. Irgendwann wird ihre Wahlkraft freigesetzt. Also dürfen die Feinde sie nicht in die Finger bekommen. Für das letzte Relikt suchten wir fast 10.000 Jahre alte Ruinen auf. Die Überbleibsel der ersten Zivilisation dieses Planeten. Und die Wiedervereinigung mit einem alten Freund erwartete uns. Ja, und deswegen gaukeln Gedöns und Supergedöns, wie heißen sie doch gleich, Mian und Krillian ihm diese Geschichte mehr oder weniger vor. So, ich habe Maria schon lange nicht mehr benutzt, deswegen werde ich entgegen meiner Aufzeichnung eine andere Truppe verwenden, die ich in meinen Aufzeichnungen quasi verwendet habe. Und das aus einem bestimmten Grund. Ich brauche Opeles Maximalis. Doch wer wird dieser alte Freund sein, den wir hier wieder treffen? Ich werde kurz in meine Gears steigen, lebenswichtig. Hier gibt es wieder einen alten Bekannten, den ich nochmal aufsuchen werde und aufs Screen mal nachgucken werde, was er so für Zeugs bietet. Und dann werde ich onscreen sozusagen einkaufen. So, der Kerl bietet leider Gottes nichts Neues, abgesehen davon, dass ich vergessen habe, den Gear von 17. Ich meine, 17 aufzurüsten, den Gear von der guten Maria. Und, äh, ja, das werde ich jetzt, glaube ich, dann doch wieder aufs Screen nachmachen. Ich habe mehr oder weniger gespeichert. Das heißt, mehr oder weniger, ich habe gespeichert. Und ich sollte vielleicht mal wieder mit Emeralda was machen, weil ich finde Crescens einfach total geil, auch wenn sie komische Ohren hat. Obwohl, gerade wegen der Ohren eigentlich, ja, lassen wir das dabei. Okay. Ähm, ja, nehmen wir das hier. Und nein, liebe Schöne. Ach, du liebe Güte. Warum können die keine Einheitsrüstung tragen? Moment, 17. Ah, nee, das ist schon okay. So, wunderbar. Und jetzt noch die Rüstung hier. Dann haben wir wieder ordentlich Geld verprasselt. Und, ja, ist okay. Johnny ist auch wieder der gleiche Typie aus dem anderen Animal Relic Dungeon. So. Ich kämpfe gegen Stein. Oh mein Gott, Bishop Stone ist zurück. Ähm, leider Gottes habe ich, glaube ich, keine Massenvernichtungsoptionen, oder? Ähm, egal. Pusten wir sie einfach dann der Reihe nach um. Ach Gott, das ist doch so lächerlich. Ähm, ach, was soll's. Mir egal, ich benutze jetzt einfach Big Bang, um sie kaputt zu machen. Was bin ich hier mit jedem einzelnen Charakter irgendwie einzeln dran, die umzunatzen? Und die, äh, die, ja, die Magiepunkte, die ich jetzt quasi in die Hemisphäre blase, kann ich mir durch den Omega Soul wiederholen. Erinnert mich so ein bisschen an die Eden, ähm, Animation. So, mit Anfang vielleicht bei Hamut Zero. Achso, ich spreche jetzt von Final Fantasy 7 und 8. Reicht das? Oh, ich hoffe ja. Oder? Fällt um. Na gut, dann platzen sie halt. Passiert. Oh, ja, hier kann man auch leveln, wenn man... Oh, Scales. Scales kann man in Nodgun, glaube ich war es, verkaufen. So, Felsen, geh weg. Könnte sich bewegen, wenn man uns drückt. Okay, dann drücken wir. Drück, drück, drück. Jawohl, stärker. So, verlassen wir mal unsere Gears und versuchen, diese Tür ist nicht gut. Das, was, das ist, äh, ähm, das übersteigt die menschliche Stärke. Äh, es übersteigt gerade meinen Verstand, dass ich diesen Scheißfelsen hier nicht wegkriege. Äh, kann ich vielleicht in die andere... Ich kämpfe hier immer noch, die ganze Zeit, gegen die gleichen, schwachen, nutzlosen Schwabbeln. Hallo. Schwabbel, wollte ich sagen. Dabei gibt es hier auch etwas größeres Kaliber, wie wir es hier gerade haben. So, es ist ein Greif oder sowas. Ich weiß zwar nicht, was... Halleluja, ist das Ding stark. Ähm, ja, jetzt ist es... Das Blöde ist, ich habe, abgesehen von meinen richtig großen, massiven, super tollen, äh, Treibstofffähigkeiten, nicht so wirklich was, womit ich... Wieso ist denn der so schnell? Zum Glück habe ich Shopkeeper Johnny hier in der Nähe. Aha, ansonsten würde ich hier richtig... Ihr seht ja, ich bin... Ne, Quatsch, Maria ist schon fast hinüber. So, ähm... Geben wir ihm mal einen Deathblow. Ja, Tiger Uppercut. Oh, und da ist er dort. So, aber... Da gibt man nicht mal ordentlich mehr Erfahrungspunkte, als diese Gruppen von kleinen Schwabbeln, die mir null oder einen Schaden machen. Oh, jetzt bewegt er sich von selber. Okay. Doch was erwartet uns hinter dieser Türe? Äh, erfahren wir es beim nächsten Mal von Let's Play Xenogias. Ich werde mich erheilen und speichern. Bis zum nächsten Mal.